Ich habe so den Eindruck, dass alle meine Reisevlogs immer in ein selbes Schema verfallen, aber ich fange heute mal an, dass ich euch sage, wo ich hinfliege. Ich fliege nach München und ich bin dort wegen Honor, weil die ein neues Handy launchen, aber hier erspare ich trotzdem nicht die Autofahrt, weil die war wunderschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Ich sitze jetzt hier am Münchner Flughafen. Und dahinten sind schon ein paar Leute von online und auch ein paar eingeladene Gäste. Manche kenne ich sogar noch aus China. Und es hat geheißen, um 11 Uhr sind wir los. Also in sieben Minuten. Dann fahren wir in so ein Café. Und das ist die Early Arrival Location, wo praktisch auf alle gewartet wird, bis alle gelandet sind. Und es kommt zum Beispiel auch noch Emra. Also von dem weiß ich zumindest auch noch, dass er kommt. Oben bleiben. Also es kommt zum Beispiel noch Emra und ich weiß nicht wer noch. Heiner ist auch wieder da, den kennt ihr ja auch mittlerweile schon. Und ja, mal schauen, wen ihr noch wieder kennt von China. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe dich schon erkannt. Wie geht's? Alles gut? Ja, bei dir? Ja, müde. Müde. Ich mache mich já. Musik Okay, wir sind jetzt im Park Café, am Park Café und das ist so eine Übergangslocation. Wir werden von dort dann weiterfahren zur Location, sobald alle da sind. Wie gesagt, Emre und so kommen noch, aber bisher sind halt nur viele Leute da, die ich nicht kenne. Aber übrigens, den kenne ich noch von China, den kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Ich glaube, ihr habt ihn mal gesehen, keine Ahnung. Und wir warten jetzt hier noch auf die anderen eben, wie gesagt, und ja, dann geht's los. Und um Viertel nach zwei geht's dann in die andere Location, da sollten alle wieder hier sein. Okay. Genau? Oh! Hi! Hi Winifans, wie geht's? Hi. Die sagen nichts zurück. Nee. Mir geht's so schlecht, ne? Ja. Schade. Wo sind wir heute gerade? München. Wir sind jetzt im Park Café jetzt noch und wir schauen uns jetzt gleich ein bisschen die Stadt an. Und äh... Was, man München? Ja, einmal. Aber es ist, glaube ich, schon sieben oder acht Jahre her oder so. Also ich kann mich an kaum was sagen. Bei mir ist auch schon 15 Jahre her, dass ich eigentlich auch nicht getät. Wir werden uns ein bisschen was anschauen. Wir sind ziemlich zentral und wir müssen in circa eine Stunde wieder hier sein. Und wir warten noch auf Heiner, dass der fertig ist. Aber das ist auch so wichtig. Wie konzentriert ist. Wie konzentriert ist. Wie ist das? Wie ist das? Ich hab' einen Mail oder so. Da können 150 Leute kommen und dann, ähm, ob es auf Frage, Antworten und durch. Mit dem kann man nirgends hingehen? Auf gar keinen Fall. Also jedenfalls nicht in Deutschland. Ciao! Na, du kannst dir zu, dass wir uns verlaufen haben. Winnie, winnie kraft. Das machen wir uns nicht verlaufen. Hi, heute seid ihr meine Winnie Kraft. Und zweitens, glaube ich, brauchen wir ihn hier nur nach rechts und dann wieder links. Glaubst du das auch? Was denn? Ja, was denn? Was denn? Wir sind mal kurz zwei Minuten weg. Haben ein bisschen gequatscht. Emre und den Zopf gebunden. Und auf einmal sind alle weg. Ich hab' mir grad auch so'n Zopf gemacht. So'n Dopp. Steht mir das? Schreibt's in die Kommentare. Und ich hab' die Emre Frisur. Fabulous. Und, äh, ja, die laufen da vorne. Ich hab' gerade ein Kaugummi aus China mit Blümgeschmack. Und das schmeckt nach Gänseblümchen. Nein, das schmeckt nach Seife. Ich hab' den auch. Gänseblümchen. Seife. Gänseblümchen plus Seife. Ja? 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 Es ist definitiv Alkohol. Naja? Noch mehr Menschen, die ihr aus China kennt? Hallo, Buru Buru! Nachnamen Tiki, T-I-K-I-N-E-M-R-A Jetzt weiss ich wie du heisst. So heisst du auch auf Twitter. Grazie mille! Unboxing! Ist denn schon Weihnachten? Oder Ostern? Ich muss mal gucken. Ich krieg's nicht auf. Wir haben die da drüben verloren. So. Und unten 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 da oben bitte. So. Hند advent abacje die v fulfil ophilein Sievers길. Und unten 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 oben unten oben 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 unten 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 oben 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 unten Loskal. Junt Word Schmacken, aufésettt euch nicht mit den Voraus dieage an Birthday. Wenn plebe durch mehr eure Shopping gibt, weiles zu påkennen, 버� dem nitrogenumen leben und das者 aus. Brazen und proteめて. Ökennen zum Beispiel nicht auch frei, welche vom Schmacken zuschaue ent posten die Meys klein Pedro Freilo. Das war's für heute.